Ähm, die Tür war... ...hier. Die Tür war hier. So. Ich kann ja anscheinend auch nicht weglocken. Der reist... Das einmal. Und dann... ...ist der Typ jetzt bei mir. Also nicht bei mir. Was soll das gehen? Okay. Das hat ja irgendwie gar nicht gejuckt, dass ich weggeschupft hab. Ist auch interessant. Alter... What the fuck? Das ist ja auch irgendwie orkut. Wo hast du denn so ein Rezept her? Wie exotisch? Hab ich nicht gesagt. Siehste? Das meine ich. Es ist neutral. Aber es steht auch irgendwie nichts von stehen oder so. Es ist einfach nur... ...nehmen. Wie soll man das hier nehmen? Wie soll denn das gehen? Wie soll ich den Typen... ...hier weglocken... ...bekommen... ...mäßig... 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 Bruh, äh... Komm mal her. Da hat kein Schein gehört, ich liebe es. Das ist ja scheiße erst. Alter, hör doch den Scheiß! ...hier weglocken... Jetzt kommt der Typ hier rein... ...das ist ja schön für den Typen... ...ne ich... ...die muss auf der Typ pfeifen. Ich würde zwar echt gerne das Ding hier kriegen, aber ich weiß nicht wie. Hi. 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 Oh mein Gott. Ja, auf die Kasse muss ich pfeifen, auf die Kasse muss ich komplett pfeifen, ich pfeife jetzt, ich pfeife jetzt auf alles. Hi. Du siehst mich nicht, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Herzu kommen bei einer schlechten Idee. Was bist du? Wer bist du? Okay. Ich verstecke mich nicht, also ich bin gar nicht mal hier. Ja, schön. So, jetzt lass mich, äh, orientierungssinnmäßig, ich will runter. Ja. Hi. Ups. So. Okay. So. Ich glaube, alle fangen, ja schön. Okay. Speichern. Und dann jetzt das machen. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll, weil ich check das dann und dann ist ja auch die Hölle los. Aber, nicht berühren, ich weiß nicht, wie dieses Ding funktioniert, aber dadurch bleibt der Magier unter Kontrolle und auf dem Kampfplatz. Ihr könnt gerne euren Spaß haben, aber seid vorsichtig, wenn ich auf meine Kosten gekommen bin, werden unsere Anführer einen Blick auf ihn werfen wollen. Wir hatten Glück, so ein brutales Fief, für ihre Studien zu finden. Ihr habt gesehen, wie er kämpft. Wenn er ausbricht, hört er uns alle. Also, nicht die Maschine abschalten. Ach. Ich bin verschlossen, nicht in der Ernst. Nicht verschlossen. Ich habe einen Schlüssel. Party time! Und jetzt aber... Hi. Ging doch, aber die war einfach verlocht. Lurk. Ich wusste, dass du mich eines Tages finden würdest, aber nicht so. Du warst schwer zu finden. Wie bist du hier gelandet? Lass uns woanders reden. Die Augenlosen haben mehr Geheimnisse, als du anst. Ich habe ein Schiff, das davon übrig ist. Die Dreadful Whale. Es liegt unterhalb der Acantila Reparaturstation. Da und ich... Spar dir die Worte, Billy. Es reicht, dass du jetzt hier bist. Ich brauch deine Hilfe. Wie in alten Zeiten? Wir sind vorüber. Das hier ist größer. Ein allerletzter Auftrag. Ich bin bereit. Um wen geht's? Der eine, der für alles verantwortlich ist. Kröte. Schwarze Magie. Dieses Zeichen auf meiner Hand. Wir töten den schwarzäugigen Mistkerl. Was? Den... Du willst den Outsider töten? Einen Gott? Kaum habe ich ihn gefunden, zieht mich der Alte wieder in diesen okkulten Mist rein. Einen festen Profi. Wenn wir beim Schiff sind, hat er so einiges zu erklären. Ja, wir sind außen da töten. So, den habe ich auch schon gepeilt. Äh, okay. Hey, warte mal. Hier ist jetzt alles... Hier sind jetzt alle weg. Ja, moin, so komme ich dann rein. Ja, sagt er doch gleich. Oh, bro. Okay. Ja, geiles Ding. Das kann ich doch alles nehmen. Geiler Scheiß. Hat er denn irgendwie gelohnt überhaupt? Fünf Dreier, relativ. Jawohl, perfekt. Die sind ja alle tot, oder? Alle tot. Alle Inks sind einfach tot, oder? Oh ja, na. Einen scheiß Brief. Das ist ja schön. Wie einfach alle sofort Inks geklittert. Was ist er für ein übermächtiger Magier? Holy moly. Was ist hier los? Ja, moin. Hi. Ich... Ja, das ist halt typisch... Äh, so. Ciao. Ja. Ja. Okay. So, war ich sonst noch irgendwas, was ich äh... Wollte? Nee, oder nee? Doch, hier drüben. Irgendwas? Ja, hallo. Ja, da, 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 da. Perfekt. Perfekt. Du bist, Norbert. Oh, ein Wallknochen. Ich weiß nicht, wo... Ah ja, der auch sahakt. Alla, den Typen als Verbündeten haben. Ha, nicht schlecht. Finde ich gut wert, das Knoblauch-Artefakt. Scheiße, da... Warte mal. Jetzt habe ich geschafft, oder? Ziel, Mission. Äh, Janet Lee betreibt den Boxer der Alpaca-Bedert. Sie hat immer eine Schlüssel für das Erdrückungsgebiet dabei. Den habe ich eh. Den habe ich. Den habe ich. Auf đó. Dann mal da. Dann mal da. Typistellen. Belohnung. Ich habe hier irgendwann herausgefunden, dass diese große Knochen-Artefakt-Belohnung oben in einer Werkstatt versteckt ist. Wie du... Sie steht, das ist dein Problem. Aber hör auf, mein Rat, wenn du mit dem Magier licht ohne ein mächtiges Knochen, der von klarkommt, sonst würde es lieber licht mit tolle Lier und deren Schwellen anlegen. Oben in einer Werkstatt versteckt ist, die habe ich ja schon, glaube ich, ich denke schon. Ich glaube, ich habe sie gut gehalten. So, äh, andere Frage, wo gehen wir mal raus hier? Hier? Da war ja was, dass irgendwelche versteckt! Kommt! Scheiße! Fuck, ich muss hier weg. Ich muss hoch, ich muss hoch. Da war ja noch mal eine Verstärkung. Jetzt hat der fucking Magier hier die Dudes auch nicht erledigt. Aha, Buchmacher. Ah, der Typ ist hier, wieso ist der Typ hier? Okay, warte mal. So, wo sind die Schweine? Sind die jetzt hier unten? Ne, ich glaube keiner. Aber die waren ja bei der Treppe. Sind die nicht runtergekommen? Ich war ernst. Äh, wo soll ich hin? Ich soll zurück, ja geil. Aber wisst ihr was zurück bedeutet? Das bedeutet erstmal, dass ich hier bin. Okay, das ist schon mal gut gewesen, der Weg. Jetzt haben die die eine Tante gekillt, oder? Die was ich, äh, die Kohle gegeben habe. Das hält sich mal stark. Äh, aha. Oh Gott. Oh fuck. Weil ich hätte jetzt echt keine Fähigkeiten, so wie sie hochbeameln oder was auch immer. Teleportieren. Das wäre jetzt echt geil. Scheiße, 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 scheiße. Ah, das ist ein Feind. Das ist ein Wagen halt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier da... Ich glaube hier darf hier gar nicht mehr sein. Deswegen tue ich das jetzt. Oh, hallo, 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 schöner Weg. Oh fuck. Sieht mich doch safe. Ja. Du siehst mich? Halt die Schnauze, du siehst mich. Ja, ne, nix. Oh oh. Fuck. Aua! Weg 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 weg. Weg 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 weg. Halt die Schnauze zu Hilfe. Moi! Scheiß drauf, lauf! Kommt durch! Und ich bin safe. I don't care. I don't care. Das Zurück-Ding ist immer schwieriger. Zurückkehren. Auf jeden Fall zurück. Geht noch gar nicht hin. Ich bin eben weg. Ich bin schon weg. Okay. Mission 1, Kapitel 1, oder whatever. Ey, was bin ich jetzt hier überhaupt? Schlag. Ich bin eher auf Angefuhl nicht tödlicher, das stimmt bei mir. Letalität Zivils getötetet. Keinen. Gena getötet. Wolle ich wen getötet? Ach so, ja... ...ofenmäßig, ja stimmt. Sie haben getötet, also niemand getötet. Natürlich geht es auch, dass man keinen einzigen tötet. Da haben wir keinen. Leichen entdeckt, 2. Echt? Okay. Entdeckungen ziehen. Nie entdeckt. Ehh... 5. Einer wird gesehen. Gemälde. Oh geil. Merken. Gemälde. Folge der Tätowierung. Daud ist entschlossen, deinen Outzaller selbst zu töten und braucht dafür deine Hilfe. Mhm, klar. Als ich Daud zum ersten Mal traf, war ich noch ein Kind und nur aus Trotz noch am Leben. Er schnitt vollkommen lautlos drei Männern die Kehle durch und hinterließ nur Blut und Tod. Ich weiß nicht, wieso ich ihm in jener Nacht gefolgt bin, aber er teilte seine Magie mit mir. Und noch viel mehr. Talent. Zeit. Vertrauen. Manchmal Geheimnisse. Doch diesen Mann gibt es nicht mehr. Auf seine alten Tage leidet er an Wunden, die niemals heilen. Und wie ich, unter bitterer Reue. Ich weiß, wie sehr das an einem zehrt. Ich soll ihm helfen, ein Leben voller Sünde wiedergutzumachen und einen Gott töten. 作ってストende Summation Der Orden leert der Aus thermaire spirituelle Der Orden lehrt der Autof gift. Der Orden lehrt der Ausbau. Und wie ist der Opfer.